Willkommen zurück, ich bin Aram Icek und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Diese Woche, da habe ich was Tolles bekommen und das möchte ich euch zeigen. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. Ja, ich glaube, man sieht es. Ein schönes Spielzeug habe ich hier. Eine Drehmaschine. Ich werde euch die gleich zeigen und wir werden auch ein bisschen gleich Edelstahl bearbeiten. Aber, bevor wir hier loslegen, möchte ich euch zeigen, was ich damit herstellen möchte. Schauen wir uns das einfach mal an, was ich mit euch machen will. Ich will dieses Bauteil hier herauspressen und neu einpressen. Und das Problem ist, man sieht es glaube ich jetzt an der Stelle, ich habe hier zwar ein passendes Rohr, aber es passt halt nicht ganz korrekt rein. Es fehlen halt ein paar, ja, Hundertstel würde ich sagen. Und heute möchte ich euch einfach zeigen, wie ich dieses Rohr mit der Drehmaschine bearbeite. Das ist ein Edelstahlrohr. Und dementsprechend können wir dann diese Hülse aus und später wieder einpressen. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Und ich werde euch auch so ein bisschen über so eine Drehmaschine ein paar Sachen erzählen. Meine Drehmaschine, wie viel sie gekostet hat und, und, und. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier bei der Drehmaschine verschiedene Sachen und auf die alle möchte ich ein bisschen eingehen. Ich spanne jetzt erstmal das Werkstück auf, das ist einfach hier dieses Bauteil. Und da wird er euch dann einfach das dementsprechend erzählen, wie das Ganze funktioniert. Ich spanne das Ganze jetzt hier nicht bis zum Anschlag an, das ist wichtig, denn vermutlich ist das Rohr hier nicht rund. Und das schauen wir uns einfach mal an. Und ich werde das jetzt einfach mal vermessen. Wir sind jetzt ungefähr auf Null und ich mache jetzt folgendes. Ich drehe einfach mal jetzt hier spaßeshalber. Das Werkzeug ist schon noch nicht fest eingespannt. Und wir sehen, dass wir einen krassen Rundlauf haben. Hier sind wir auf Null und da vorne sind wir auf der Rückseite fast auf 300 Mikrometer daneben. Jetzt mache ich einfach folgendes. So, jetzt gucken wir mal, ob wir besser sind. Jetzt ist der Rundlauf schon wesentlich besser. Das erste, was wir machen werden, wir werden uns die Fläche Pierpran fräsen. So, jetzt ist es natürlich wichtig, dass das Ganze hier sauber eingespannt ist. Eine Schutzbrille nicht vergessen. Und ja, ich werde euch ein bisschen gleich zur Maschine was erzählen. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten vorzugehen. Wir haben hier einmal den Quervorschub und einmal den Längsvorschub. Ich kann auch sehr fein hier den Längsvorschub justieren. Ich fahre jetzt einfach mal an die Stelle, wo ich denke, dass wir ungefähr hin müssen. Und dann justiere ich euch mal die Kamera neu, sodass ihr mehr sehen könnt. Es gibt verschiedene Drehmeißel. Das sind jetzt Universal-Drehmeißel. Ich werde mal schauen, wie sich die ganzen Drehmeißel hier schlagen. Wir haben jetzt hier Meißel, die eigentlich für einen universellen Einsatz sind. Die sind jetzt nicht optimal für den Bereich. Also ich habe jetzt mal alles so ein bisschen ausgerichtet. Wir machen mal die Maschine an. Das heißt, ich mache die Klappe zu und starte sie mal. Und das Erste, was ich mache, ist so ein bisschen diese Flachkante planfräsen. Und da gehe ich einfach her mit minimalem Vorschub. Ich werde jetzt hier den automatischen Vorschub wählen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher und lasse das Ganze automatisch verfahren. Das heißt, die Maschine fährt jetzt hier vollautomatisch vor. Das könnt ihr dann steuern, indem ihr hier den Längs- oder Quervorschub wählt. Machen wir mal eine kleine Phase hier rein. Dass es schöner aussieht. Also an der Stelle, die Spanbildung ist nicht optimal gewesen. Vielleicht zur Information. Am besten ist es, wenn der Span hier an der Stelle sich nicht so bildet, sondern in kleine Stücke zerreißt und bricht. Also dementsprechend in größten Stücke in der Größe oder noch kleiner. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt erstmal diese Oberfläche hier innen angefasst, außen angefasst und einmal sauber geschnitten. Und jetzt ist es so, jetzt müssten wir ein bisschen hier von diesem Material wegnehmen. Und jetzt schauen wir mal einfach vom Vorschub her. Wir werden ganz wenig wegnehmen. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Wie es halt so ist, ist es bei dieser Arbeit immer so, dass man verschiedene Werkzeuge hat. Dieses Werkzeug, was ich jetzt hier verwende, ist optimal für den Bereich des Quervorschubs. Das heißt, das ist hier zum Planmachen. Zum Längsvorschub gibt es andere Werkzeuge. Das holen wir jetzt einfach mal eins. So, für die Profis unter euch, das ist mein erstes Mal, wo ich die Edelstahl bearbeite. Eigentlich ist es das erste Mal, wo ich überhaupt was abdrehe. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen vor, dass wir ungefähr die Tiefe haben, die wir brauchen. So, das ist ungefähr die Tiefe, die wir brauchen. Und ich schalte meinen automatischen Vorschub ein. So, das reicht. Wir können uns mal das Bild anschauen. Und das ist genau das, was ich euch schon versucht habe, vorher zu erzeigen. Beim Einmessen hat man es schon gemerkt. Wir haben jetzt eigentlich nicht komplett die ganze Fläche abgenommen, sondern hier sieht man an der Stelle, dass wir etwas abnehmen, auf der anderen Seite nicht. Das ist natürlich jetzt ein Rohr, was wir hier haben. Das Rohr hat eine gewisse Fertigungstoleranz. Und auch beim Anspannen haben wir auch eine gewisse Toleranz. Und dementsprechend müssen wir jetzt halt noch etwas mehr abnehmen. So, jetzt fahre ich nochmal ein bisschen ran. Und lassen wir das Ganze mal vorfahren. Also an der Stelle, wenn man automatisiert arbeiten kann, das hat einige Vorteile. Ich fahre auch nicht zu tief ins Material rein. Die Maschine hat nicht so viel Leistung. Aber für diese Anwendung, die wir hier machen, reicht es eigentlich aus. So, ich will an der Stelle einfach nicht zu viel zustellen. Ich will der Maschine jetzt nicht zu viel zumuten. Das ist ja Edelstahl. Und eigentlich sind das die falschen Drehmeißel. Deswegen machen wir jetzt einfach hier Giano. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wir schauen uns mal nach diesem Durchgang das Ergebnis an. Und dementsprechend können wir mal schauen, ob wir jetzt im Maß sind, ausreichend abgenommen haben für das Durchpressen. Also vom Ergebnis her, man sieht hier die Bearbeitungsspuren. Ich versuche das euch mal zu zeigen. Aber man kann jetzt, ja, dafür, dass es der falsche Drehmeißel ist und es jetzt einfach mal schön gefertigt ist, ist das eigentlich ganz gut, finde ich. Was ich jetzt hier an der Stelle noch erwähnen will, ist, was vielleicht euch auffällt, was ihr nicht sehen könnt, ist, das Ding ist ganz schön heiß. Ja, also man würde sagen, gute, ja, gute 40, 50 Grad heiß. Also noch ein paar Runden und dann kann man das wahrscheinlich nicht mehr so einfach anfassen. Noch eine Runde und dann können wir mal testen, ob wir hier an der Stelle ausreichend tief genug sind. Also noch ein paar Runde und dann können wir mal testen, ob wir hier an der Stelle ausreichend sind. Also ich könnte jetzt Öl verwenden, aber ich will das Ganze jetzt einfach mal testen, wie standfest diese Drehmeißel sind für Edelstahl. Und ich glaube, jetzt sind wir eher in der Richtung, wo die Zustellung besser passt im Verhältnis zum Vorschub. Man sieht deutlich, dass die Oberfläche jetzt schon viel besser ist als die vorherige. Ich halte alles Erfahrungswerte. So, jetzt fahren wir mal raus. Also die Oberfläche ist auf jeden Fall besser geworden, aber diese, ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist, deswegen immer Schutzbrille tragen. Das passiert dann halt, wenn sich solche Langspäne bilden, die können sich dann verheddern und dann passieren solche Effekte. Also ihr seht, wir haben jetzt ungefähr ein Spiel von knapp 10 µ. Also wenn man das Ganze richtig einspannt, richtig bearbeitet, dann ist die Maschine schon recht hochwertig. Hat aber auch 2.000 Euro gekostet, die Maschine. Ich tue euch mal einen Link unten rein. Ich glaube, jetzt reicht die Hülse von der Größe her. Ja, und jetzt stecken wir das Ganze mal hier rein. Und man sieht, ich habe zwar ein bisschen Spiel, aber das wird immer ein bisschen das Spiel lassen. Und man sieht deutlich, jetzt ist das optimal. So, jetzt fahre ich hier vorsichtig hinein. Ja, also ich glaube, an der Stelle werde ich mit dem Werkzeug nicht glücklich. Woran es liegt, es kann sein, ich habe hier so ein Standard-Spannsystem, da muss ich die höhere Höhe sehr variieren. Und da kann es durchaus sein, dass ich zum Beispiel von der Höhe ungünstig bin. Und ja, oberhalb oder unterhalb des Mittelpunktes bin. Das kann zu solchen Problemen führen. Natürlich ist es das falsche Werkzeug fürs Abstechen. Die anderen Werkzeuge gingen eigentlich. Vielleicht eine Information an euch. Die Abstecheisen und das Werkzeug, was ich jetzt hier benutze, die Drehmeißel waren nicht bei der Maschine mit dabei. Also für mich fühlt sich das Ganze nicht so optimal an. Wir haben jetzt hier schätzungsweise 100 µ abgetragen. So, an der Stelle habe ich für euch alles vorbereitet. Wichtig ist, dass wir hier natürlich innen sitzen. Und unten das Ganze sauber aufliegt. Und jetzt pressen wir das Ganze mal raus. Das hier ist eine 20-Tonnen-Presse. Bisher hatte ich noch nie Probleme mit irgendwas nicht auspressen. Ich habe schon gelesen, dass so eine 12-Tonnen-Presse manchmal Probleme bereitet. Und deswegen meine Empfehlung, wenn ihr euch eine Presse kauft, lieber etwas größer. So, damit sind wir fertig. Ja, an der Stelle ärgert mich das Ganze ein bisschen. Das muss ich euch zeigen. Ich habe das schon aufgemacht. Aber ich zeige es euch nochmal kurz. Im ersten Blick sieht es gleich aus. Aber wenn man hier die Durchmesser vergleicht, stellt man schnell fest. Naja, fast. Kommen wir mal ganz kurz zu der Drehmaschine. Ich zeige euch einfach mal so ein bisschen die Funktionen. Ihr habt das Ganze hier schon gesehen. Das ist hier sozusagen das Haltersystem für die Drehmeißel. Ich nehme es mal kurz ab. Und ich will euch einfach an der Stelle kurz zeigen, was es hier noch gibt. Es gibt hier für diesen Bereich ein Schnellwechselsystem. Das heißt, da seid ihr aber schnell bei 100 bis 300 Euro, in dem was ihr für wie hochwertig ihr das System wählt. Man muss es wissen, dass man mit diesem Spannsystem, das ich hier habe, da kommt man halt nicht sehr weit. Also man muss, um die Höhe einzustellen, dass man in der richtigen Höhe was abschneidet oder arbeitet, muss man hier Unterlegscheiben. Also ich habe jetzt Unterlegscheiben benutzt. Vielleicht ist es nicht die feine Art, aber es funktioniert. Ihr müsst halt einfach etwas unterlegen. Dementsprechend die Höhe kann man nicht so gut variieren. Ihr seht es ja hier. Man muss halt schauen, ob man passende Unterlegscheiben hat. Wenn man jetzt ein Viertel Millimeter höher muss, dann hat man schon ein Problem. Das ist also hier etwas schwierig. Also ein Schnellspannsystem ist eigentlich fast fällig. Kommen wir mal zu den ganzen Hebeln und Kreisen. Hier haben wir den Längsvorschub. Das ist dann sozusagen, um die Maschine in dieser Richtung zu justieren. Hier haben wir den Quervorschub. Das heißt, hier können wir die Höhe variieren. Längsvorschub genauer geht dann nochmal hier zusätzlich, wenn man wirklich glanz, ganz genau und fein irgendwas vorarbeiten möchte. Ich mache mal die Maschine kurz an. An der Maschine haben wir die Möglichkeit, die Drehzahl zu justieren. Je nachdem. Zusätzlich ist es so, dass man hier an der Stelle einschalten kann, wie die Welle mitlaufen soll. Das heißt, wir können ja mal rechts und links diese Welle hier unten laufen lassen. Und dann kommt dieser Hebel hier ins Spiel. Ich lasse ihn jetzt einfach mal raufen. Und wenn man das Ganze jetzt, den Hebel hier nach oben drückt, also ich hoffe, man sieht das, dann dreht sich das von alleine. Also das bin nicht ich, sondern das dreht sich von alleine. Und dementsprechend ist der Schub der automatische Quervorschub. Ich mache mal ein bisschen langsamer. So, wenn man jetzt in die andere Richtung möchte, und schon dreht das Ganze in die andere Richtung. So, dann ist es so, ihr habt die Möglichkeit, den Längsvorschub zu steuern. Hier auch so. Oder hier mit diesem Baugruppel. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied zwischen dem Hebel und diesem Hebel ist. Habe ich noch nicht in Fahrung bringen können. Aber beide haben die gleiche Funktionalität. Wobei ich sagen muss, hier geht das Ganze leichter. Man muss beachten, dass beim Runterdrücken, manchmal hakt das ein bisschen. Also ich komme hier nicht richtig rein. Jetzt erst komme ich richtig rein. Das hat damit zu tun, dass wir in das Gewinde, das hier drin ist, ich hoffe, da unten sieht man es. Ja. Da unten ist ein Gewinde drin, dass man in das Gewinde mit einfahren muss. Und das heißt, wenn ich jetzt hergehe und hier reindrücke, also hochfahre, dann muss es halt einrasten in das Gewinde da drin. Und wenn es halt Zahnflanke auf Zahnflanke ist, kann ich hier nicht richtig einrasten. Das ist sozusagen eine Baustelle. Dann haben wir hier verschiedene Schalterstufen. Diese sind eigentlich gedacht, um den Vorschub zu ändern. Man hat dann jeweils drei Stufen plus ABC. Und das Ganze kann man hier an der Tabelle ablesen. So, ich mache die Maschine mal kurz aus. Wir können auch an der Maschine rückwärts fahren. Also umgekehrt fahren. Und schon fahren wir umgekehrt. Also beides ist möglich. Und jetzt fahren wir wieder andersrum. Zusätzlich ist es so, dass man hier hinten aufmachen kann und die Zahnräder austauschen kann. Dementsprechend über die Zahnradverbindung. Es gibt eine Anleitung, welche Zahnräder man verwenden kann. Und dementsprechend kommt man dann hier auf ein anderes Muster und anderes Übersetzungsverhältnis. Dementsprechend dreht sich diese Zahnstange oder Trapezgewinde anders, schneller oder langsamer. Je nach Übersetzungsverhältnis. Und dementsprechend kann man dann auch die Bauteile, den Vorschub steuern. Und wenn man Gewinde dreht, andere Gewindegrößen drehen. Was ich mir zusätzlich gekauft habe, ist einmal so ein Drehmeißel-Set. So sieht das Ganze hier aus. Da sind verschiedene Meißel dabei. Einmal hier, den wir ja schon benutzt haben, zum Abstechen, den ich so gut funktioniert hatte. Für Außengewindeschneiden, für Innengewinde schneiden, was auch immer. Für Längsdrehen, Plandrehen. Man muss ein bisschen damit experimentieren und Übung gewinnen. Das war nicht dabei. Also das musste ich mich separat kaufen. Was ich mir auch noch separat geholt habe, ist einmal hier ein Spannfutter. Das werde ich dann verwenden die nächsten Tage. Verschiedene Spanngrößen. Aus China natürlich. Ist doch klar. Und ich werde mal schauen, wie gut der Rundlauf ist. Und, und, und. Also, dabei waren wir dieses Drei-Backen-Futter. Dann waren zwei Lafetten dabei. Die habe ich jetzt nicht verwendet, weil ich noch nicht so lange es gedreht habe. Ein Vier-Backen-Futter war dabei. Irgendwelche Spannhülsen, also Spannstifte, Zahnräder sind ein paar dabei. Nochmal ein paar Backen und ein bisschen Werkzeug. Hier hinten haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir längere Werkstücke zu benutzen. Da sieht man, ich kann das Ganze hier ausfahren und dementsprechend kann ich mir verschiedene Spannfutter einsetzen, einbauen. An der Stelle bin ich eigentlich schon fast am Ende meines Videos angekommen. Vielleicht noch zum Aufbau ganz kurz. Ich habe das Ganze von da hinten am Auto vorbei hierher geschleift mit einer Rollunterlage. Alleine. Aufbau hier hoch, den Tisch, das war kein Problem, aufzubauen. Aber was ich blöd fand, ist der Tisch, solange die Drehbank nicht verankert ist, also ihr habt hier eine Schraube und da drüben zwei Schrauben, solange das nicht verankert ist, wackelt der Tisch. Und der Schwerpunkt ist wirklich hier hinten beim Motor- und Backenfutter. Selbst wenn man es hier gegriffen hatte, hing die Drehbank so weit rüber. Also vom Gewichtausgleich war es ein bisschen schwierig. Aber es ging. Prinzipiell wiegt die ganze Bank ungefähr 200 Kilo. Also ihr könnt es nicht alleine lupfen. Ihr braucht einen Motorkran oder drei oder vier starke Männer. Denn wenn die euch auf die Füße fällt, dann tut es wirklich weh. Ja, und das war so die kleine Einführung meiner Drehbank. Im nächsten Videos werde ich sie verwenden. Und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn ihr Fragen oder irgendwelche Anregungen habt, natürlich, wenn ich irgendwas besser machen könnte, sollte, schreibt es mir auch gerne unten rein. Und falls das jemanden interessiert, die Drehbank, wo ich sie gekauft habe, hier unten findet ihr in der Infobox den Link dazu. Und damit schließe ich für heute ab. Und bedanke mich. Ich bin Adam Willcek von RechteU. Schalte wieder ein. Nächste Woche, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.